Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in die neue Handelswoche gestartet. Momentan traden wir ungefähr 19.700 US-Dollar. Wir haben wirklich wenig Bewegung gestern gesehen, deswegen habe ich kein Update-Video rausgehauen. Dafür heute ein bisschen ausführlicher. Schauen wir mal, bisher ist auch wenig passiert. Auch wenn wir ein bisschen pumpen, aber wir sind schon am ersten Widerstand angekommen. Bevor wir jedoch loslegen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Ich würde sagen, wir starten sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 19.700 US-Dollar. Man sieht es ganz gut. Wir hatten jetzt in der letzten Stunde ein kleines Pümpchen, um es mal so anzusprechen. Wir sind sofort an den Weekly Pivot angekommen, wurden dann auch hier erstmal rejected. Das ist so ungefähr das Szenario, wo wir hier schon am Samstag drüber gesprochen haben, dass wir nochmal um das Golden Pocket herumgehen, nochmal ein bisschen höher. Da sind wir nicht mehr ganz hochgekommen an den ehemaligen Weekly S1. Trotzdem Rücksetzer nochmal ins Golden Pocket. Und jetzt wird es interessant. Entweder wir brechen jetzt hier wirklich unseren Weekly Pivot, dann haben wir wirklich Luft, bis zu diesem Punkt, wo wir hier oben eingezeichnet haben, aufgrund dieses Wix hier. Oder wir werden jetzt erstmal rejected und versuchen hier wirklich diese 17.600 US-Dollar rauszunehmen. Was ich momentan sogar ein bisschen wahrscheinlicher ansehe, weil nicht wirklich viel Bullisches im Markt momentan zu finden ist. Wir haben wenig Handelsvolumen, wir haben wenig, sag ich mal, irgendwelche News, die uns nach oben treiben könnten. Es sieht alles nicht so wirklich Bullish aus. Klar, wir haben jetzt so eine kleine 4-Stunden-Candle, die ganz gutes Volumen hatte. Wir gehen jetzt mal in den 1-Stunden-Chart. Auch hier sehen wir 200er SMA haben wir auch schon fast rejected worden. Also es zeugt hier wirklich nicht von Stärke, muss man jetzt ganz ehrlich so sagen. Klar, wir bilden höhere Hochs, aber der RSI auf einen 1-Stunden-Chart schon wieder komplett übergekauft. Deswegen wirklich vorsichtig sein, jetzt mit irgendwelchen Long-Positionen hier noch rein zu FOMO'n oder so. Klar, wir haben uns einen Downtrend gebrochen, das ist schon mal das erste gute Zeichen. Downtrend gebrochen, zwar nicht bestätigt, aber wie ihr wisst, wir kriegen keine wirkliche Bestätigung. Sobald wir solche Downtrends oder so brechen, ist es selten, dass wir einen Retest kriegen, um einfach Retail Money keine Chance zu geben, nochmal in den Markt reinzukommen. Deswegen kein Retest, aber jetzt auch erst wirklich das ansteigende Volumen, wobei mir das wirklich nicht wirklich gefällt. Wir gehen jetzt mal in den 15-Minuten-Chart, um vielleicht nochmal ein klareres Bild zu bekommen. Hier sehen wir auch diesen krassen Pump, in Anführungszeichen krassen Pump mit diesem steigenden Volumen. Was jetzt ein bisschen wahrscheinlicher ist, zumindest auf dem 15-Minuten-Chart, wir holen uns jetzt dieses Hoch noch bei ungefähr 19.877 US-Dollar, kriegen dadurch eine Bearish Divergence auf den kleineren Timeframes, holen uns das Volumen und versuchen dann nochmal unten in dem Bereich um 19.200 US-Dollar nochmal Support zu finden, wobei wir da jetzt halt das ganze Wochenende unterwegs waren. Deswegen schwinden halt die Chancen, dass wir uns in diesem Bereich weiterhin aufhalten können und die Chance, dass wir doch mal deutlich tiefere Kurse gehen, bis auf den Bereich von 17.600 US-Dollar, sind einfach momentan wahrscheinlicher. Einfach aufgrund dessen, dass wir hier drüben noch einen ordentlichen Wick haben, den wir noch füllen könnten. Das Zweite wäre, wir hätten noch einen schönen doppelten Boden, den wir dann hier unten auch noch füllen könnten. Also wirklich momentan aufpassen mit irgendwelchen Long-Positionen. Es ist nichts wirklich, was dafür spricht, dass wir jetzt hier eine Long-Position eröffnen sollten, zumindest keine große oder so. Ich wäre momentan einfach vorsichtig. Und wie gesagt, USA hat ja heute auch noch zu, das müssen wir natürlich auch noch beachten. Das heißt viel, viel weniger Volumen im Markt, viel, viel mehr Manipulation, was hier begangen werden kann. Deswegen abwarten, ein bisschen im Hinterkopf behalten. Unsere nächste Support-Zone, wir machen jetzt mal diese große ganz kurz weg, würde dann auch hier unten in diesem Bereich liegen bei ungefähr 19.100 bis 19.200 US-Dollar. Das ist die Zone, die wir gerade angesprochen haben. Heißt, möglicher Rücksetzer wäre dann hier mit einer potenziellen Long-Möglichkeit, mit einem engen Stop-Loss unter dieses letzte Low bei ungefähr, was haben wir denn hier, 18.700 US-Dollar. Ansonsten geht es halt wirklich eine Etage tiefer in Richtung 17.600 US-Dollar. Das sind jetzt die zwei wichtigen Marken für den heutigen Tag. 19.800 US-Dollar durchbrechen. Dann das Ziel ungefähr 20.800 bis 21.000 US-Dollar, um diesem Weekly R1 anzutesten. Ansonsten erstes Bearishest Target wären die 18.000 US-Dollar und dann wären wir schon bei 17.600 US-Dollar. So viel zu Bitcoin, sollte jetzt erstmal ausreichen, Ethereum, auch hier gleiches Spiel, 200er SMA Rejection, zumindest auf einen 2-Stunden-Chart, wir fangen mal hier mit einem 4-Stunden-Chart an. Auch hier große Candle, kein Volumen, sieht man einfach wenig Volumen im Markt, man braucht wenig, um den Markt zu bewegen. Auch hier Supportzone bei ungefähr 1.040 US-Dollar bis 1.050 US-Dollar. Auch hier wäre ein Rücksetzer deutlich, deutlich wahrscheinlicher, um nochmal neue Liquidität zu sammeln und dann einen neuen Anlauf in Richtung 1.200 US-Dollar zu starten. Ansonsten sind wir auch hier wieder in dieser 4-Stunden-Supply rejected worden. Ethereum, muss man dazu sagen, hat diesen WIG, den wir jetzt gerade bei Bitcoin schon hatten, ich zeige ihn euch nochmal, diesen WIG hier drüben, diesen kleinen, hat Ethereum schon abgeholt. Also auch hier, ich bin hier echt vorsichtig. Also ganz ehrlich, Leute, ich bin hier nicht wirklich überzeugt, dass wir jetzt hier gleich einen enormen Pump sehen. Aber gut, wer weiß, der Weekly R1 passt perfekt mit unserer 4-Stunden-Supply. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, zumindest in den Bereich von 1.200 US-Dollar vorzustoßen und dann müssen wir weitergucken. Trotzdem, kurzfristig, auch hier, Blick auf den 15-Minuten-Chart, hier sehen wir auch wieder großes Volumen, große Candle, spricht auch viel dafür, den WIG noch zu holen, um dann nochmal eine Trendwende hier unten reinzusehen in die 1.045 US-Dollar mit dann möglichen Setup in Richtung 1.200 US-Dollar. Das ist ein möglicher Weg bei Ethereum. Und wenn ihr Bock habt, noch irgendwelche Altcoin-Wünsche diese Woche, schreibt sie gerne wieder in die Kommentare, dann werde ich so nach und nach die ganzen Altcoin-Wünsche wieder abarbeiten im Laufe der Woche. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare. Denn jetzt machen wir erstmal XRP, starten wir immer mit XRP in die neue Woche. Auch hier 0786er hatten wir unsere Rejection, wo wir drüber gesprochen haben, plus in dieser kleinen 4-Stunden-Demand-Zone. Seitdem wenig passiert, jetzt sind wir wieder hier im Golden Pocket und auch hier wenig, wenig Bewegung, kein wirkliches Kaufvolumen, was hier momentan im Markt ist. Aber gleiches Szenario wie jetzt überall. Auch hier spricht erstmal vieles dafür, dass wir vielleicht nochmal so eine kleine Rejection nach unten hinkriegen, bevor wir dann auch hier möglicherweise in den Bereich der 0,35 hochgehen. 4 Stunden 200, der SMA liegt hier in der Gegend, der Weekly R1 liegt auch hier in der Gegend, plus wir würden die ganzen Hochs erstmal rausnehmen. Also es spricht schon vieles dafür, kleine Korrektur, minimal, bevor wir dann wirklich einen neuen Anlauf nach oben hin starten könnten. Wäre eigentlich das bullischste Szenario, einfach um die Liquidität unten nochmal abzugreifen, um dann mit möglichst viel Volumen und vielleicht einem kleinen Abtrend nach oben durchzustarten. Gut, dann schauen wir uns auch mal Solana an. Solana auch hier, wirklich wenig Bewegung. Wir machen jetzt hier mal diesen kleinen Abtrend weg, der stört mich schon die ganze Zeit. Konsolidierungsphase könnte man auch ein bisschen als kleine Bärfleck hier interpretieren. Trotzdem, ich bin kein Fan davon, weil es einfach nicht akkurat ist. Klar, wir haben unten diese Berührungspunkte, das passt schon ganz gut. Ist für mich einfach eine kleine Konsolidierungsphase. Aber jetzt Bärfleck würde ich hier nicht traden. Dann eher wirklich Long Setup aufgrund dieses Wigs hier oben. Auch hier viel Liquidität reingestanden und dieses kleine Wigs hier. Also ich vermute erstmal auch hier kleiner Pump in Richtung 35,30 US-Dollar. Wegen einerseits des Weekly Pivots, 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart, plus dieser Wig, der mit ordentlich Volumen entstanden ist. Das heißt, hier gibt es viele Shorts zu killen. Will man es da noch ein bisschen übertreiben, dann geht man auf jeden Fall in den Bereich von 39 US-Dollar. Also kurzfristig kleinere Korrektur vielleicht nochmal. Mini-Korrektur, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt als Korrektur bezeichnen kann. Bevor wir dann wirklich in dieser Woche zumindest mal ein kleines bullisches Signal kriegen könnten. Man will hier nicht übertreiben. Trotzdem vielleicht ein bisschen bullischer in diese neue Woche zu starten. Und nicht vergessen, es ist Montag. USA hat zu. So, Cardano, gleiches Spiel. Wir haben den ersten Week gefüllt mit wenig Handelsvolumen. Also auch wenig, wenig Volumen hier bei Cardano. Auch hier gleiches Szenario. Vielleicht nochmal so ein kleiner Rücksetzer in die unteren Regionen um den Bereich von 0,45 Dollar. Bevor wir dann wirklich ein Setup hier oben vielleicht in den 200er SMA bei ungefähr 0,51 Dollar sehen. Gut. Soviel dazu. Ey, ich habe schon wieder einen Zug drauf, ne? Leute, wenn ich euch zu schnell rede, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten kurze News. Pocket Bitcoin ohne Registrierung. Bitcoin erwerben. So geht's. Sehr interessant. Lest euch das auf jeden Fall durch. Für alle, die kein KYC mögen oder so. Ich verstehe es ganz ehrlich. Ich bin vollkommen bei euch. Lest euch gerne durch. Ich werde euch den Artikel später noch in die Telegram-Gruppe posten. Wer noch nicht drin ist, Link unten in den Kommentaren, wie immer angepinnt. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh zum Update-Video wieder. Wenn irgendwelche Altcoin-Wünsche sind, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Freuen wir uns auf eine hoffentlich erfolgreiche Handelswoche. Hoffentlich eine etwas bullischere Woche. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.